Was geht ab ihr geilen Klubschis? Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Destiny, das Erwachen der Eisernen Lords. Wie ich am Ende der letzten Folge gesagt habe, geht es hier weiter und wir wollen auch nicht viel Zeit verlieren. Wir machen einfach mal direkt hier ein bisschen Stress an den Backen. Ja, direkt ausgemerzt da hinten. So. So, gut. Ja, wir sind hier noch in der Mission der Eisengipfel oder Eisenberg. Irgendwas mit Eisen war es. Ihr könnt ja in die letzte Folge mal reinschauen, dann wisst ihr es. Und wir sollen jetzt in die Replikationskammer, um dort Siva abzuschalten quasi. Und alle sagen, beende es ein für alle Mal, aber ich glaube nicht, dass das hier die letzte Mission ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, uns wird hier einiges erwarten. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los, ey? Also, werdet uns hier nochmal eine neue Gegnersorte erwarten, oder was? Na, da freue ich mich ja schon drauf. So, ich komme mal hier an meine Hulti raus gerade. So, jawohl. Weggenudelt alle. Na, da bin ich mal gespannt. Also, er hat irgendwas gesehen, was er nie zuvor gesehen hat und auch nirgendwo danach wieder. Also, eine neue Art, die es aber nur hier gibt. Beziehungsweise, eine neue Gegnerart. Ja, ich möchte mich hier mal kurz ein bisschen umgucken. Vielleicht finde ich hier ja was Schönes. Wobei das irgendwie in Destiny so ist. Wobei, eigentlich wurde das manchmal auch echt belohnt, wenn man ein bisschen rumgeguckt hat. Besonders auf dem Grabschiff. Aber hier bis jetzt nicht. Letztes Mal war seine Präsenz beinahe physisch greifbar. Ich denke, er versuchte mit uns zu kommunizieren. Doch wir verstanden ihn nicht. Wie kannst du dir so sicher sein, dass Rasputin sich nicht einmischt, sobald wir da drin sind? Die Vorhut glaubt immer noch, dass Rasputin nur ein einfacher Kriegsgeist ist. Doch das ist er schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Okay. Na, das Gehege. Da sind wir jetzt. Oder war der mal direkt ausgelöscht. Oh, da ist gerade noch einer reingerannt. Alter, bist du ein Genie. Hut ab dafür. Ah, ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Und das könnte echt übel sein, denke ich. Ja, hier, Kugel, boom, macht nicht viel Aua. Also, ja, schon. Eigentlich ein Drittel zieht es mir ab, aber... ...wird zu keinem großen Problem. Jedenfalls nicht in der Situation gerade. Ja, also nochmal auf das Entdecken zurückkommen. Irgendwie... Also, auf dem Grabschiff hat es sich echt gelohnt, da, äh, rumzugucken. Man hat, äh, Kisten gefunden, ähm, wo man sehr gute Sachen rausbekommen hat. Es gab auch Rätsel und alles. Bis hier noch nicht. Äh, ich frage mich, ob da noch was kommen wird. Alter, wo sind wir denn jetzt, ey? Da ist denn du falsch. Hallo? Äh, da runter? Okay, da sind sie. Alter. Okay, hier ist ein bisschen was los. Aber kein Problem für uns. Wir sind nämlich die besten Hüter dieser Welt. Aua. So, springen wir mal runter. Hallo? Hallo? Leute, wo seid denn ihr? Oh, ich hatte Angst, dass es hier jetzt irgendwo runter geht und ich sterbe. Ich nicht so toll gefunden. Bis jetzt sind wir auch noch nicht in ein Gebiet gekommen mit, äh, eingeschränktem Wiedereinstieg. Das wird, denke ich, auch noch kommen. So. Hallo? Oh, da ist ja doch ein bisschen was los. Ein paar Gesellen haben wir hier. Tschüss. Du machst auch einen Abgang. So, schnell alles nachladen und weiter geht's. Wenn wir also die Produktion von Siva aufhalten, weil das ja auch so leicht sein wird, was macht dann der, der es kontrolliert? Ich habe ein paar Hinweise. Gefallenen Gespräche über einen verrückten Spleißer Priester, der Gott spielen will. Doch ich stimme Saladin zu. Fanatiker müssen warten, bis die Schwerstarbeit erledigt ist. Okay, also es gibt da doch jemanden und der wird wahrscheinlich dann der Endgegner sein. Einer der übleren Sorte. Was macht der denn da, Alter? Macht der den Hitlergruß? Keine Ahnung. Aber wenn dem so ist, dann gibt es ihn gleich erst recht an den Kragen. Hi! Okay. Erstmal die Granate hart daneben geworfen. So, hier, da, Bäm. Macht euch beiseite, ey. Ich habe keine Lust mehr auf euch. So, weg damit. Da kommen direkt die Nächsten an. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Glaube, uns wird gleich etwas erwarten. Und es wird kein Kuchen sein. Was ist er denn, Alter? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Achso, okay. Die Replikationskammer ist unter dir. Suche einen Weg nach unten. Ja, Moment. Erstmal alles einsammeln. Ist hier der Weg nach unten? Nö. Ah! Äh, ich würde sagen, hier müsste man nicht rein. Oh, shit. Jetzt geht's los, Alter. Warum gibt es eigentlich nie Treppen? Ich weiß es nicht. Oh! Boah. Da habe ich mich leicht erschrocken, weil es auf einmal aufhörte. Du nängerst dich dem dunklen Herzen. Sieh was, Wölfling. Sei vorsichtig. Licht. Oh! Aua. Okay, sie haben mich schon bemerkt. Ich wollte mich hier gerade eigentlich noch ein bisschen umgucken. Jetzt ist das Licht ausgegangen. So, komm. Wir nutzen mal die Gelegenheit. Alter, das sieht voll krank aus. Alter, was ist das? Was? Was ist das? Warum ist das so groß? Und was macht das hier unten? Und... Was? Und... Äh? Hä? Mammi? Jawulski, Alter. Ich bin raus. Ich möchte wieder hoch. Hallo? Nimmt mich wieder mit. Okay, das Ding ist echt riesig. Und ich denke mal, das ist die Replikationskammer, wa? Gut. Ähm. Ey. Ganz ruhig da hinten, ja? Immer diese bösen Servietoren, Alter. Böse, böse, böse. Ja, fliegendes Licht. Ist mir egal. Das stört mich nicht. So, wer will. Wer will. Komm. Ja. Boom. Headshot. Oh nein. Aua. Danke. So. Jawohl. Im Sprung gemessert. So soll's sein. Ja, ist mir egal. Stört mich gerade hässlich wenig. Alter, was war das denn für'n Schuss? Fand ich jetzt nicht so in Ordnung. Da ist er weg. Da fliegt er noch. Alter, man sieht ihn immer noch. Lol. Alter. Voll geil. Also, er erkundet schon mal die Tiefen. Er sagt mir gleich Bescheid, wie tief das ist. Mal gucken, wann er unten aufschlägt. Dann weiß ich nicht mehr, wie tief das ist. So, hier rein. Ich tat, was ich konnte, um ihre Ruhestätte zu beschützen. Doch ich wusste, was passieren würde. Sollte jemand sie finden? Wir waren doch vom Licht gesegnet. Ich... Ich wusste nicht einmal, dass jemand mit dem Geschenk des Reisenden sterben konnte. Bis es geschah. Finde den Replikator und deaktiviere ihn. Nur dadurch können wir sie war ein für allemal versiegen lassen. Ähm... Bitte... Was? Seht ihr das da auch? Das sieht aus wie ne riesige Axt. Und das sind... Könnten Beine sein. Gut. Ähm... Nein. Ja, um nochmal hier Bescheid zu sagen. Alter, was geht mit dir? Hör mal auf hier rum zu Tentakel, Mann. Wir sind hier in keinem Tentakel-Porno. Alter, was labere ich hier schon wieder? Damit die Parts nicht so lang sind, mache ich hier nochmal einen kleinen Cut. Denn wir sind jetzt wieder bei 13 Minuten ungefähr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich bitte wissen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns endlich in die Replikationskammer begeben und es aufnehmen werden mit Siva. Und hoffentlich werden wir Siva auch zerstören. Und ich hoffe, der Typ da mit dieser Axt wird uns nicht böse sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Das war's... Das war's...